Liebe Fans, Leon Schmidt ist jetzt da. Ich mache jetzt ein Video von Sonntag, 16. September, 13.30 Uhr. Erster FC Köln gegen Badde-Bohrn. Badde-Bohrn hat gewonnen. Köln. Timor Horn, Raphael Gratischos, Jonas Hector, Jorgi Mehre, Yannis Horn, Matthias Bader, Marco Hüger, Luis Schaub, Christian Clemens, Dominic Draxlerch, Simon Gerodti, Simon Gerodti, Der Badde-Bohrn Köln. Köln. Hünn. 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 Nughter. Christian Strodik, Jamilu Golings, Klaus Jashula, Philipp Clement, Christopheer, Antwi, Adier, J.E., Mohamed Trecker, Sven Michael, Papakarek, Nochmal, Entschuldigung, Papakarek, Guille, Prinacht, Tritakti, Ich muss halt viel lernen von reden, ich habe Sprachfehler, aber ich habe verbessert, kann 20 ua 26, und es ist